Ja, Basti, Pick, was hast du? So, ich komme einem Wunsch nach aus dem Live-Chat, der hier heute mit, dem wir gebeten haben, Themenwünsche, Themenvorschläge einzukippen. Da waren sie nicht besonders gut darin. Also es ging teilweise um Essen und um alles Mögliche. Aber jemand schrieb, ich habe eine Frage, weil ich das in Audiodump immer so klasse finde, welche Podcasts hört ihr selber? Oder in welchem Podcast wart ihr schon mal zu Gast? Also zweites, in Audiodump war ich schon mal zu Gast zum Beispiel. Welche Podcasts hört ihr selber? Ich kann Audiodump auf keinen Fall empfehlen. Schrecklich, alles furchtbar. Malik, nicht mehr alle Tassen im Schrank. Grüße gehen raus. Nein, aber was ich empfehlen möchte, ist ein Podcast, über den wir auch schon ein, zwei Mal gesprochen haben, dessen Wahrnehmung sich aber in meinen Ohren dieser Woche komplett auf den Kopf gestellt hat. Und zwar spreche ich von Arnold's Pump Club. Und wir reden natürlich von niemand anders als Arnold Schwarzenegger, unser aller Held und Vorbild aus vielen Gründen, den ich insgesamt einfach eine gute Person finde, der sicherlich auch seine Ecken und Kanten hat, literally. Aber ein guter Typ ist insgesamt und er macht einen täglichen Podcast. Und da geht es halt um alles Mögliche. Es geht um Fitness-Advice, es geht um Lebens-Advice, es geht um Gesundheit, es geht um irgendwie, also wirklich das komplette Spektrum von allem deckt der gute Mann ab. Und ich finde das echt beeindruckend, wie viel Podcast man aufnehmen kann. Und jedes Mal zum Beispiel das Intro ist grundsätzlich immer dasselbe, aber du merkst, es ist nicht das Intro, was er heute aufnimmt und morgen und übermorgen und überübermorgen wieder reinschneidet, sondern es ist jedes Mal offensichtlich ein anderes. Ich dachte mir, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und dann sagt er ja jedes Mal zur Begrüßung, I'm harnessing the power of machines to bring you this whatever, bla. Und auf der Seite steht auch, Arnold's Pump Club is a daily podcast by Arnold Schwarzenegger. Thanks to a helpful machine, he trained Arnold shares three tips from his daily newsletter each day. Und ich, großer Fan von diesem Podcast und ich höre den. Und dann sagt mir Freund Arne die Woche, du weißt schon, dass der von einem AI-Model eingesprochen wird, dieser Podcast. Und ich so, really? Was? Willst du mich verarschen? Weißt du, was ich gehört habe? Hier in der Sendung habe ich es gehört. Ah, das habe ich in der Sendung hier nicht gehört. Und ja, völlig, völlig mindblown an der Stelle. Und jetzt hört man es auch, wenn man es will, aber es ist trotzdem weiterhin ein sehr, sehr guter Podcast. Und einfach die Podcast-Variante eines Newsletters von ihm eingesprochen. Und wenn du es, also ich habe es nicht gemerkt, bis zu dem Moment, wo ich es nicht, wo ich es wusste. Und das ist einfach für mich, ich finde das sensationell. Es ist weiterhin ein sehr, sehr guter Podcast, den ich allen da draußen empfehlen kann. Und ich finde es beeindruckend, wie gut wir diese verdammten AI-Geschichten hinbekommen haben, dass sie einfach so tun, als wären sie eine andere Person. Es ist gleichzeitig auch völlig erschreckend, aber an der Stelle finde ich es einfach sehr gut. Also die ersten paar Folgen, wo ich mal reingehört habe, hat sich das so angehört, als wäre das Training auch so mit einem bisschen schrottigen Mikro gemacht gewesen. Und die AI hat auch so dieses schrottige Mikro, immer so ein bisschen sehr poppiges Audio und so. Aber dadurch klingt es halt vielleicht auch echter. Vielleicht. Vielleicht ist das die geheime Soße darin. Aber ja, insgesamt völlig wild. Ja, also er pimpt den Pump Club immer sehr intensiv auf seinem Twitter. Und da gibt es eine App, ist das eine App oder ist das eine Web-App? Ja, das ist eine App. Du kannst diese App, die Pump Club-App runterladen. Habe ich nie gemacht. Make your future self proud. Dann kannst du irgendwie Pumpen und Workouts reintun. Ja. Sync die mit Strava, weil dann ist Leo sofort dabei. Dann ist Leo natürlich sofort dabei. Ich vermute, er lädt sie jetzt gerade runter, wenn er es nicht schon gemacht hat. Genau. Ja. Dann habe ich da noch einen kleinen Anschluss-Pick. Das tut aber weh. Oh je. In den Augen und in den Ohren. Es gibt nämlich einen Herren Brian Monarch. Und der hat sich gedacht, wer ist der beste Schauspieler? Der Arnold. Und in welchen Filmen sollte der Arnold sein? In allen. Ja, korrekt. Und der hat sich genommen, den Arnold in eine AI reingesteckt, in einen Deepfake. Und dann hat er noch zusätzlich jemanden, der die Stimme relativ gut nachmachen kann oder eine AI, die ganz gut das nachmachen kann. Und der hat sehr, sehr viele Videos, wo er Arnold in andere Filme reingefakt hat. Mhm, sehr gut. Und wo er auch oft singt. Geil. Und es ist richtig, richtig, richtig gut und schlimm und furchtbar und widerlich und super gleichzeitig. Okay, sehr gut. Und es sind sehr, sehr viele Videos, wo er irgendwie Arnold irgendwo reingeklebt hat in allem Möglichen. Also Stadt Sylvester Stallone und irgendwie Stadt in Spider-Man. Ja, und überall der Arnold. Ja. Klingt nach einem guten Konzept, finde ich persönlich. Ja. Das könnt ihr mal anklicken, aber bitte, also wenn ihr irgendwie so leicht, weiß nicht, ein bisschen labil seid oder so, nicht. Weil das macht einen echt fertig. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Oder sie singt halt furchtbar schief und schlecht und das ist, das ist, er hat auch noch mehr solche Videos, wo er irgendwie Arnie auf Elaine in Seinfeld draufgeklebt hat und Al Pacino auf Kramer. Okay. Und Elaine als Schwarzenegger, mit den Haaren von Elaine, aber Schwarzeneggers Gesicht. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Gut, gut, gut. Na dann.